Um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, müssen Sie Ihre Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern Sie mit ihrer Leistung begeistern. Was hinter diesem Zitat des amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers und Professors für Marketing Philipp Kottler steckt, erläutern wir nach dem Intro. Die Kundenzufriedenheit stellt eine bestimmte Form der Einstellung und ein primär kognitiv geprägtes Konstrukt dar, dessen Entstehung grundsätzlich anhand des sogenannten Konfirmations-Diskonfirmationsparadigmas erläutert wird. Kernaussage des Konfirmations-Diskonfirmationsparadigmas ist, dass Kundenzufriedenheit aus dem Vergleich der tatsächlichen Erfahrung der Inanspruchnahme einer Leistung, der Ist-Leistung, mit einem Vergleichsstandard der Soll-Leistung resultiert. Stimmen diese beiden Größen überein, so spricht man von Bestätigung, also Konfirmation, und es besteht Zufriedenheit auf dem Konfirmationsniveau. Übertrifft die Ist-Leistung die Soll-Leistung, was eine positive Diskonfirmation ausmacht, so handelt es sich um hohe Zufriedenheit, die über dem Konfirmationsniveau liegt. Ist hingegen die Ist-Leistung geringer als die Soll-Leistung im Falle einer negativen Diskonfirmation, sprechen wir von Unzufriedenheit, da die Zufriedenheit unter dem Konfirmationsniveau liegt. Das Kano-Modell veranschaulicht diese Grundlage anhand eines Graphen, auf dessen Y-Achse die Kundenzufriedenheit verzeichnet wird, während man auf der X-Achse den Erfüllungsgrad notiert. Die Kundenzufriedenheit wird nun anhand von drei unterschiedlichen Arten von Faktoren bestimmt. Basisfaktoren sind Faktoren, die weder bei niedrigem noch bei hohem Erfüllungsgrad zu einem starken Maß an Zufriedenheit führen. Für diese Faktoren setzen Kunden also einen hohen Erfüllungsgrad voraus. Leistungsfaktoren beeinflussen die Zufriedenheit der Kunden proportional. Solche Faktoren werden von Kunden also explizit verlangt. Begeisterungsfaktoren haben den größten Einfluss auf die Kundenzufriedenheit. Je höher der Erfüllungsgrad, desto zufriedener sind die Kunden, denn es handelt sich um Faktoren, die unerwarteten Zusatznutzen bieten, da die Kunden im Vorfeld gar nicht an diese Faktoren gedacht haben. Schauen wir uns die Faktoren nun anhand eines Beispiels an. Das ist Lisa. Lisa geht gern aus zum Essen. Bei einem Restaurantbesuch gilt es für Lisa als Mindestanforderung, dass das zur Verfügung gestellte Geschirr sauber ist. Die Nichterfüllung dieses Faktors führt zu starker Unzufriedenheit. Zudem erwartet Lisa, dass sie aus einer gewissen Anzahl an unterschiedlichen Gerichten wählen kann. Jedoch ist Quantität in diesem Fall nicht gleich Qualität und eine Übererfüllung führt demnach nicht zu höherer Zufriedenheit. Beim Restaurantbesuch soll es definitiv nicht an der Freundlichkeit des Personals mangeln. Wird dieser Leistungsfaktor nicht erfüllt, so ist Lisa unzufrieden. Auch der Geschmack des Essens ist für Lisa ein entscheidender Faktor. Je leckerer das Essen, desto zufriedener ist sie. Unerwartet gefällt Lisa die Musik im Restaurant leider überhaupt nicht, was ihre Zufriedenheit aber nicht wesentlich beeinträchtigt, da sie auch nicht damit gerechnet hätte. Aber die Tatsache, dass im Restaurant ausschließlich mit guten Zutaten und Bioprodukten gekocht wird, begeistert Lisa sehr. Insgesamt haben wir die unterschiedlichen Faktorarten nun beispielhaft dargestellt. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen und auch beruflich alles Gute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017